Froschmann und elf vereint taten sich zusammen um den eigenen ring zu schmieden der sie alle knechten sollte rechts geht weiter glaube ich wenn ich wieder voll stamina hab dann kommt ja aus stamina hey hey Stami Stami miene ist breath wie ihn Leut ich hab Aggro? Leut er ist tot Was war das? Ne Bett, Pledermaus Ein Bett? Oh da ist noch was Frightener heißt der Was ist das denn ? Der hat mich gesehen da hat mich gesehen Der hat mich gesehen Ich den Downhauer, oh fack, Mist. Ich glaub, ich seh vom Baum runter. Ja. Down. It's the feine draufhauen. Was? Er ist fast oben. Fast. Und du auch. Ja. Jetzt ist das 9mm rennt, wer wird wohl das erste schaffen? Ja, ich bin over. Das 9mm rennt? Ich bin in der Augenhauer, ne bin ich nicht. Ich war erst da, ja, ich bin oben. Da ist er. In der Wolke und nach Hause mal gucken. Oh Gott. Weg hier. Leute, kommt aus der Wolke raus. Noll. Noll. Ich hab mir unmächtig. Alter. Ich hab irgendwas größeres hinter dir. Ich bin down. Komm ruhig hoch, komm ruhig hoch. Ach, ein Andert. Hilfe. 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 Ja, ich glaub wir sollten das lassen auf dem Berg. Weil das dauert immer viel zu lange bis wir da oben sind. Ja. Oder? Autsch. Ja, vielleicht besser. Ja, das darfst du lang. Lol, der Boss ist unten. Lol. Wir sollten es doch nicht lassen. Ja, wir lassen uns zusammen angreifen. Komm runter. Kamikaze Bunny ist schon da. Ich mein, ich wär voll gemischt, ey. Alter ich hab noch einen Typ mit dabei. Der fickt. Der fuckt mich so ab, alter. Hau ab. Also jetzt noch wieder alle runter, dort. Äh, Alter, die haben wir... Down. Nein, der Boss one hitted. Ja. ich bin hier oben sicher komm her und jetzt komm her ich mach nicht platt und völlig junge komm herunter ich hab's nicht so gemeint ich hab's nicht so gemeint ich mach dich voll oh nein nein du freundst dich fast ich tu dir nichts doch drauf alle drauf Oma kommst du auch noch runter wie kommt man aus dieser Essensanimation raus äh links und daumen Alter der kann sich ja noch fliegen immer hin und her wenn er mit den Pfeilen schließt der drückt nicht die ganze Zeit oh ob wir den wohl da umkriegen Alter das dauert 3 Stunden oh Gott geh da weg nochmal Pull wir kriegen sie jetzt komm direkt gestorben Gott stirb und jetzt Alter das dauert ja echt ewig nehmt euch und rote da sind noch ein paar Orks mit dazu gekommen die hauen alle mit drauf oh Gott oh Gott geh weg geh weg denk dran eure special abilities zu benutzen ja nur irgendwie hat bei mir noch keinen Effekt in den blauen healst euch oh Gott auf den blauen healst das euch kommt hier raus jetzt soll mich in den Boss stellen ja ich bin auch drin und werde ich hier nicht daunen oh Leute jetzt bin ich da weggegen wenn er durchs macht dann kann man auch mal daunen wenn wir den killen sind wir ganz schön rich bitch dann sind wir ganz schön gut am Titel Alter was kriegen wir hin ja wir kloppen ja nur schon eine halbe stunde dann kommt ein viertel weg jetzt haben wir ihn in der Ecke jetzt haben wir ihn da wo wir ihn haben wollten die fällen dran wir wagen gleich an die Wand hier rein so ich werde tatsächlich oh Gott die ganze Zeit geil ich finde das geht sogar so gut dass man nicht daunen ist ich hab 507 Hitspies dabei gehabt so lang 507 41 42 45 jawoll so biegen wir den daun das hilft da doch so ein Knob oder was den zaubert wieder ja ja ich zauber dem gleich ich halte ihn ich halte ihn ihr müsst kommen ihr müsst kommen ich halte ihn ich halte ihn in den Arm oder was in den Arm ich halte ihn in den Arm ich hab schon auf ihn geschossen er kommt zu mir Alter was ist das wie was mach ich da ich schieße auf ihn das ist nicht mehr mit dem Mann das ist aber ein Bogen das ist natürlich egal der Armbrust oh wie kriegen wir den wie kriegen wir den wieso macht der mir eigentlich immer schade Alter der liegt da der liegt da wird doch wieder hell gestert oh yes oh yes oh yes sobald ich 2 Sekunden auf ihn schieße hab ich aggro von dem ich wurde grad wieder aggro hier genau immer weglaufen hau mal ein bisschen heilen Adrian dein Band kann man die Essence Animation abbrechen ja mit dem ja mit dem ja mit dem steck Alter die Unacht stämme steht ein Alter wie ist das wie ist das ein bisschen mehr ausreichend das trifft nicht immer auuuu Alter ist der Gegner geiiiih ha ha geiiiih Egal den packen wir Fabio Junge fein hingestellt ich war das noch mal bei äh Bob der Baumeister ja wir starten ne äh versuch den mal nicht zu weit weg zu pullen von seinem Spawnort ehrlich gesagt Alter wenn der einen roten Boden hat dann macht der ganz viel Flächendamage äh lass den mal lass den mal wieder ein bisschen zurückkommen Basti ich hoffe das klasse ganz ganz weit weg von seinem Spawn ist ne naja er steht direkt am Felsen ne ja aber er muss zum Felsen zurück ein bisschen mehr ja ja ist er ja nicht so weit so Vorsicht jetzt macht er gleich seine Attacke Perfekt hey komm leben jaaa in sein Gesicht Alter ich mach den 3 Schaden so und immer sonst 0,1 ich auch muss mir erstmal her Alter da greift mich ein scheiß Alpaka zwei Alpakas greift mich an äh lol mach ich doch weg mit meiner MG Arm aus hier Alter so ein Arschloch Vorsicht Thomas geh dich halt lol ich hab auch langsam nix mehr zu essen ich hab noch was ich hab noch was ich hab noch was ja also jetzt gesehen hat so lange nach dem kopf kann ich nicht ohne klagen als er kommt hier glaubt der fäulchen gestellt so langsam wird was weiter für das letzte stück hier brauchen aber jetzt ganz schön lange wieder nicht so weit weg leute nicht so weit weg ich will nicht dass er sich ersättet oder so heute lockt er mal wieder ein bisschen ja der ist gleich tot du bist witzig wir prügeln doch schon so wie der gerade ist ja jetzt drauf jetzt drauf ja du schmacko ich kann so schnell schießen wie ich klicken kann er hat mich gewonnen hättet wartet noch wartet noch wartet noch er kommt auf mich zu er kommt auf mich zu wir müssen weiter auf ihn rauskratzen dann wird er sich gleich ok go go los drauf nein er ist er ich bin dauernd kack 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 würde sagen wir gehen jetzt hier nach was ist das südwesten also hinter dem felsen weiter genau hinter dem felsen weiter und da ist nämlich noch so ein castle steht er zumindest da sehe ich das bären hier ist ein zauberer ein feindlicher irgendwo ach da oben ist ja ja lasst man hier noch kurzer lag und dann level ab take love für mich ach so ich hab auch noch was hier für einen rogue das hatte ich vor allem da auf dem berg gefunden okay jetzt ist zumindest heller ist aber die nacht mit dem kampf so ein bisschen überbrückt jetzt und der berg der taktum bei nacht und neben ja und sie machten sich auf weiter zu neuen abenteuern dass man in der berg die zum scheitern verurteilt hat dann halt nicht ach so da vorne ist noch einer ich habe ein neues pet ist der kamel ich liebe es soll kamele wie geil kamele dann muss es auch so was wie eine wüste geben oder sowas ähnliches wir gehen sie auch unter wasser eine lagune das war der beste kommentare vielleicht leben sie auch unter wasser da oben davon sind noch zwei herzen blümchen wo da und kommen ich brauche noch hart flowers mit keiner kommen wo war denn das haben wir zwei krieger in antwort an bett in antwort ich habe erst 30 kupfer ja was verschlossen ich werde die nationalbank im spiel sein also ihr gebt mir alle euer geld ok ja leider kann man das ja nicht handeln ich wollte gerade sagen aber die zinsen sind so hoch dass ihr so viele zinsen darauf zahlen müsst dass ich das geld verhalten darf moment das gibt keinen sinn wenn wir dir dein geld wenn wir dir unser geld geben müsstest du uns zinsen geben und dafür müsst ihr gebühren zahlen dass ihr mir das geld gibt damit ich es auf euch aufpasse aha hier ist ein tünchen ich habe ich verlaufen wo seid ihr denn so ich wollte gerade schon sagen da ist eine hase aber das war ja leider sagen pass auf ich werde jetzt den hasen fangen sag ich so moment ist doch schon meiner nehme ich dir einfach mal das pet unten raus da vorne sind hier ist noch ein busch boah das block und den einen lianer wird es sein soll jemand liegen gelassen werden nicht mal mit was das denn diesen freundlich und die werden angriffen dann helfen wir natürlich hat er gedroppt gerade ich schau das sind für mich ich denke mal wenn reddish lingt reddish